Das ist super Chaos. In einem Kreis muss man sich drehen. Ach, wieder wackelz. Es ist schön, dass bei Markus das Bild angezeigt wird, aber bei mir nicht. Ich sag mal so, ist eigentlich ausgeglichen, weil der Kevin ist ja so gesehen, bei dem ist ja jedes Mal der Schlechteste. Er kommt aber mit Markus in den Team, wetten. Na dann ist es nicht mehr ausgeglichen, dann tut mir der Markus leid. Pass rein. Deinen Arsch kriege ich noch, mein Freund. Deinen Arsch kriege ich noch. Ich dachte, du den Arsch kriegst du ständig. Ja, manchmal ziert er sich ein bisschen. Wer ist denn alles Fahrer? Fahrer, Sprengmeister? Okay. Ich gehe auch Fahrer. Ich bin auch bei Fahrer, nur ich sehe die Charaktere nicht. Ich auch nicht. Ich sehe gar nicht. Ich bin auch ein Fahrer. Jetzt wird es interessant, es steht wahrscheinlich nur ein Encher oben, weißt du? Nee, es ist ein Kleiner. Jeder für sich selber. Mach doch morgens nicht alles alleine, klar. Hey, ich bin mit der blotten Schnelle da oben. Herzlich willkommen. Nee, ich will nie mit dem Kevin. Nee, ich bin unten. Wir sind zu dritt. Ich bin bis zu dritt. Ich bin in der Mitte. Ich war wahrscheinlich noch da abdecken. Warte mal, ich sehe die Nikola nie gerade. ich verstehe alter haben die da angeschossen bist schon weg vielleicht hat mich hochgespringen eine rakete ich habe aber doch auch immer angeschossen ich habe aber auch was noch mitgenommen ich weiß du dich ganz leicht gestritten hast ja eigentlich war sogar voll erwischt aber war okay jetzt verstehe ich diese in der sache wir sind einfach alter ausweichen aber ich habe das schon damit ziemlich gut erwischt ich halte und tschüss das kevin noch lebt das ein wunder das war eigentlich immer der erste da stopp die fräte gibt es unten noch eine plattform ok gedacht das ist einfach ich habe jetzt gedacht du bist dann einfach weg wenn du da unten drunter fällst knapp verpasst ja schade jetzt es wird jetzt sieht alles an die jetzt kannst du mal zeigen was du kannst ihr wollt mich verholen wir wollen wissen wie du so drauf bist sollte verdammt alter den habe ich eigentlich gut abgestimmt ach so kleiner tipp übrigens nur zwei fahrzeug wechseln da kommt die leiche noch nicht zugeflogen aber der nachteil ist halt dann ein tunnel das ist eine timing frage ist ein timing frage im schießen ja wo du stehst man geschießt aber auch schon kennst ja solche ginger gemacht aber eigentlich das am sowas macht mir am meisten spaß diese surgeon dinge und die hier die machen wir immer am meisten laune mir hoch dass ich frage mich immer warum du last team standing nimmst weil das last team standing ist der modus das war ein scharf morges ich persönlich auch besser das natürlich auch das ist ja quasi das gleiche hier dann gut bei fünf leuten ich halte mich einfach verdeckt ich versuche irgendwie getötet zu werden aber wenn zwei leute schießen wenn dann anzuschießen wenn zwei erden die toten und durch man eine reihe stellen dann müssen wir das war knapp ich glaube ich habe ich aber gut auch mehr den habe ich aber noch mitgenommen den markus ich habe keinen hit ich muss mir mal eine liste machen mit den maps die bis jetzt so favorisiert sind scheiße ganz knapp ans wenn es vorbei also ja ich habe ich glaube ich habe noch erwischt ja ich habe 50 habe ich die gleiche habe ich noch erwischt ja die explosiv steht getötet ich war auch sehr schön jetzt 1 gegen 1 gegen marcus enrico enrico kann zum aufhören auf der blot gleich herum zu trampeln dafür doch hier mal jemand heute ja das war so klar warum hat sich nie weg gedruckt dann trotzdem gebraucht hat er wieder umgebracht ich habe erst mal begangen damit haben wir eigentlich gewonnen wir haben wir nicht haben verloren tatsächlich wir haben alle verloren also wollen und verloren wir haben den punkt also na gut okay ich sage ich habe mich als verlierer da es war überhaupt ganz knapp wenn du mich nicht erwischt er dass er sich die volle esse mitgerissen ja ich weiß du hast mich auch direkt getötet also nein ich habe mich selbst getötet der explosion aber du hättest mich auch getötet ja ja das eine mal bin ich so knapp ans wenn es war schon bei einer zurückhält finde ich das besser so bei dem schießen jetzt mit dem fahren das ist ich glaube so okay aber auch laune die netten muss ich sagen ja das hat was ich finde sowas hier sogar noch ein ticken besser als das gespringen mit den surgeons muss ich sagen weil du hier sogar noch mehr chancen hast wenn man das heute schon da ist das ja manchmal eine glücksfrage aber hier hast du doch einfluss darauf wo du hin zielst sozusagen aber kevin deine aussage von wegen mit ja das bauzeug nur eben mal wechseln das war zweimal zwei wechseln also drei fahrzeuge das war aber drunter hergerollt ja jetzt habe ich nicht mitgenommen nein das problem ist halt wenn du eine ungerade zahl hast also drei gegen zwei hast du immer eine seite die ungedeckte das ist das problem du weißt nicht wo du hinkaufen sollst fahrschau ich komme das muss ich nicht wissen was macht ihr da ja was wird das wenn es schadig ist leute verdammt da war es wenn so kurz davor und verkackt es doch das war knapp und das auch alter jetzt 1 gegen 1 jawohl aber du hast gewonnen wir haben gewonnen wir haben gewonnen wir haben gewonnen aber ich habe da ohne menge zugezügt oder ich eine berührung noch dann wäre mittag gewesen ja ich habe zwei kind ach so markus ja der grunde gezogen leider einen elendlichen langen flug hier war es noch mit zweimal gewinnen ich habe gar nicht drauf gehabt was ich eingestellt hatte beim nächsten mal manchmal ein bisschen mehr wir haben zweimal gewonnen glaube ich ja 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 ja